Die 30-jährige Tochter des Hollywood-Schauspielers Danny Craig besucht die UK-Premiere des Action-Fantasy-Streifens Black Adam. Doch alleine bleibt sie nicht lange. Denn schnell hat Ella im Blitzlichtgewitter der Paparazzi einen starken Mann an ihrer Seite. Und zwar Dwayne Johnson, der auch als The Rock bekannt ist. Freundschaftliche Küsschen auf die Wange und herzliche Umarmungen werden ausgetauscht. Man könnte fast schon meinen, dass Craigs Tochter nicht nur The Rock in Hollywood schon einmal über den Weg gelaufen, sondern auch Teil des Black Adam-Casts ist. In ihrem schwarzen, fließenden Maxi-Kleid mit seitlichen Cutouts macht sie eine perfekte Figur und sieht genauso umwerfend aus wie The Rock in seinem violetten Satan-Smoking.